moin moin leute ja wie ihr gerade im hintergrund seht bin ich heute beim wieder beim ps speicher zum dritten ps biker tag hier am ps speicher direkt ich habe gedacht die moderation beim logo mit dem schönen hintergrund der schönen bikes motorräder von neu bis alt plankenpartys hier vertreten die honda meile und sogar probefahrten sind hier möglich ja dann will ich nicht lang drum rum reden und sagen los geht's damit ihr schöne bikes hier sehen könnt wie ich sie schon hier im hintergrund einblende ja 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 Das war's. 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 Das war's.